Ein Stier möchte gern aus der Casa del Toro ausbrechen. Ha! Viel Glück dabei, Amigo! Leute, ich brauch eure Hilfe. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ja, möglich, dass wir's wissen. Aber was springt für uns dabei raus? Uh! Ha! Echt jetzt? Äh, entschuldige mal. Du schenkst mein Geschenk weiter an die Rennmäuse? Erstens mal, wir sind Igel. Und ihr könnt uns niemals nicht und nie und nimmer mit so nem Billigschrott kaufen. Nein, tu's nicht! Widersteh! Widersteh! Das macht mich voll happy! Okay, bist ein richtiger Hardliner, Quattro. Hombre, Eduardo, que pasa? Que tal? Listo para esta noche? Ya era hora que aparecieras aquello. Ven aquí. Me traído minotinto. Ay, qué rico. Que nos aproveche. Was ist der Plan? Ihr wollt, dass ich durchs Haus gehe? Wenn die uns erwischen, machen die Hackfleisch aus uns. Einfach so. Ich liebe Hackfleisch. Du willst doch hier raus, oder etwa nicht? Okay. So machen wir's. In Ordnung. Mach uns einfach alles ganz genau nach. Bald! Und jetzt gehst du da durch. Ähm, ich? Da durch? Äh, hast du dir mal meinen Hintern angesehen? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich steck fest! Warte! Nimm deinen Huf aus meinem Maul! Das wird nichts! Das wird nichts! Ah! Oh, okay. Alles klar. Wir müssen irgendwas tun. Oh, da sind ja so scheichernchen. Was? Aua! Sack mal ein bisschen! Wir sind fliege!